Hast du dich erkältet? Nein, mir geht es einfach nicht gut. Allein schaffe ich das nicht. Musst du ja auch nicht. Ich bin ja nicht die Einzige, die den Traktor fahren kann. Aber Anne fährt morgen wieder. Bleib doch einfach noch ein bisschen länger. Anne! Was ist denn jetzt wieder los? Weißt du, was sie hat? Was ist denn das? Komm, lass mal gut sein, ja? Uns kann doch hier keiner sehen. So schön einsam hier, na komm schon. Ich hab Nein gesagt. Ach, Anne, bitte. Ich brauch das jetzt sofort. Nein! Bye, morgen! Ich sch Deine Ver free. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017